Hallo zusammen. Der Lockdown hat gezeigt, wie flexibel die Welt sein kann und wie schnell Veränderung wirklich möglich ist. Also welche Veränderungen wünschen wir uns denn jetzt für diese Welt? Ich denke, es ist Zeit, was zu bewegen und es ist möglich. Aufgrund der Schutzmaßnahmen haben wir in Deutschland so eine Art Verschnaufpause gerade. Und lasst uns doch diese nutzen, um neue Kräfte zu sammeln und uns vor allem jetzt zu solidarisieren mit Menschen weltweit, die aktuell in der Krise sind und dies aufgrund von strukturellen Benachteiligungen viel härter trifft als uns. Möge uns dieses Lied jetzt ganz viel Hingabe und Tatkraft schenken. Viel Freude damit. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, springen die Fluten, tauch auf den Grund, springen die Fluten, tauch auf den Grund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, springen die Fluten, tauch auf den Grund, springen die Fluten, tauch auf den Grund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, springen die Fluten, tauch auf den Grund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund, greife die Perle, schleife mich rund. Springen die Fluten, tauch auf den Grund. 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 Untertitelung des ZDF, 2020